Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einer neuen Feige Let's Play Fallout 76. Ich bin hier bei den Sons of Dane und gucke mich hier gerade noch so ein bisschen in ihrer offensichtlichen Werkstatt um. Oh, hier ist sogar ein Power-Rüstungsding. Das ist ja witzig. Oh, was haben wir hier? Molotow-Cocktail. Das ist schön. Was haben wir hier? Fusionskern, der sogar noch fast voll ist. Und ein Torso. Oh ja, das ist alles Zeug, was ich eigentlich nicht brauche. Ich lasse das jetzt hier erstmal alles liegen. Ah, ich habe einfach keinen Platz für so viele Power-Rüstungssachen. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man die Power-Rüstungen in sein Stash reinschmeißt, dann brauchen die unglaublich viel Platz. Flaschenkürbis. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh, das wollte ich doch eigentlich nicht. Egal. So, dann gehe ich jetzt erstmal meinen Köder bauen. Äh, Köder basteln? Möp, 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 möp. Wie liebige Bastelwerkstatt. Äh, da drüben müsste irgendwo eine sein. Alles kein Thema, finden wir hier bei den Sons of Dane. Ich frage mich, ob die Jungs hier irgendwann mal zu den Raidern dazugehört haben oder ob die irgendwie unabhängig waren. Aber ich würde mal stark vermuten, dass die unabhängig waren, weil hier so diese Raider-Zeichen fehlen. Ich kann meine Rüstung hier... Ah, na klar kann ich die hier verlassen. Das geht doch alles. So, super Sprengköder bauen. Äh, E-Herstellen. Ich bin gespannt, was das jetzt hier gibt. So, äh, Quest-Gegenstände. Verstärker? Ne, das war es nicht. Äh. Phantomgerät, Munition, Minen, Großmenge. Hä? Hä? Wo ist das denn? Splittergranate, Großmenge, war es nicht. Minen... Ah ja, hier. Sprengköder. Das klingt jetzt auch schon wieder sehr interessant. Super, sie haben sich ekligen, mit fleischbedeckten Sprengstoff besorgt. Und jetzt? Lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf. Haben die Fallensteller auch gemacht. Jedes hungrige Raumtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck immer diese verrückte Idee gekommen. Nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Was die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben? Tja, sagen wir es mal so. Da haben die Köder die Fährte verloren. Naja, weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden? Ah! Egal, sie wissen schon, was ich meine. Egal, wofür sie ihren Köder verwenden. Bringen sie damit einfach etwas zur Strecke, das sie töten und fressen würde. Sagen sie mir Bescheid, wie es für sie läuft. Okay, das klingt ja schon mal sehr nett. Äh, ich überlege gerade, wo sie hier jetzt den Marker hingeschmissen hat. Hm. Weil normalerweise... Äh... Hier sind zwei Marker, die ich soweit sehe. Ist halt die Frage, ob das jetzt die korrekte Ecke ist. Ich hoffe nur mal, ich bin jetzt hier nicht irgendwie... Ah, warte mal, hier. Teste den Sprengköder mit einer Kreatur. Ja, geil. Äh, da hinten am Arsch der Welt. Ja, super. Okay, also ab zum Whitespring Golf Club. Das wird ja mal wieder teuer hier. Oder lieber hier zum Ausguck. Ich glaube, ich teste es mal mit... Nein, nein, das Ding ist, ähm, günstiger. Warte mal, irk, 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 auf der Karte entlang irken. Oh nein, das will ich jetzt auch nicht. Nein, ich will hier hin. So, bitteschön. Dahin, zum Whitespring Golf Club. Während neben mir so eine lustige, katzenartige Kreatur sitzt und mich versucht davon zu überzeugen, dass ich jetzt aufhöre, irgendwie ein Let's Play zu machen und lieber sie füttern soll. Mhm. Weil ansonsten stirbt sie. Ganz bestimmt. Katzen tun sowas grundsätzlich fünfmal am Tag. Sterben, weil sie kein Futter kriegen, die armen Tiere. Ha, es ist schon schlimm, ne? Also, ganz ehrlich, solche Sachen. Wie können wir Menschen nur sowas tun? Und die armen Tiere verhungern lassen? Ja, du brauchst mich jetzt gar nicht so angucken, Katze. Mhm. Ich stehe jetzt nicht auf. Ich werde jetzt hier erstmal weiter das mit den Fallenstellern versuchen. Wenn es denn hier lädt. Aber inzwischen lädt das hier auch wieder etwas sauberer. Was ich sehr, sehr, sehr sympathisch finde, ehrlich gesagt. So, jetzt muss ich nur noch den Platz finden, wo es da hingeht. Da drüben irgendwo. Äh, okay. Einmal hier über den Golfplatz. Kein Problem. Sieht ja hier auch total friedlich aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, dass hier dann auch mal so Wendigos rumrennen und eine Menge Ghule und was weiß ich noch was für Scheißviecher. Also, es ist hier nicht so nett. Oh, was ist das denn hier? Kranker Hirsch. Machen wir erst mal Red Hirsch. Hm. Leuchtendes Blut und kranker Red Hirsch. Lecker. Ich meine, es ist ja schon so ein bisschen sehr idyllisch hier. Eigentlich richtig cool. Und ich glaube, dieser, dieser komische Soundbug, der ist immer noch hier. Ich muss da Gott sei Dank nicht nah genug ran. Ist natürlich etwas nervig. Ach, es ist so schön hier. Aber auch so kaputt. Übrigens, wenn ihr irgendwie, ähm, Schnappstert sucht, der ist hier und wächst normalerweise immer an, äh, Bachläufen, an Ufern. Habt ihr überhaupt kein Thema, das zu finden? Da könnt ihr euch dann prima bedienen. Also, sobald ihr diese Teile hier seht. Lohnt sich definitiv. Huch. Was kommt denn da jetzt noch? Äh, was genau greift mich jetzt hier eigentlich gerade an? Oh. Tollwürdiger Mischling. Okay. Sind das schon die Viecher? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde mal gucken, dass ich in das Questgebiet reingehe. Alter. Lästige Viecher. Gehst du weg? Niemand mag euch. Okay, hier sehen die Robos schon ganz schön platt aus. So, erstmal hier ins Questgebiet latschen. Oh. Ich bin hier offensichtlich richtig. Oh, shit. Na toll. Und ich hab jetzt alles getötet, was mich eventuell hätte... Oh, scheiße. Na, das ist ja mal ein bisschen doof. Wo sind denn die Wunde? Da ist noch einer. Okay. Dann guck ich doch mal. Dass ich so ein Dings rauswerfe. Äh, hallo? Hier. Alter, ich versuch doch nur diesen dummen Sprengköder zu werfen. Ah, jetzt hab ich auf das... Scheiße, jetzt hab ich auf das Viechtocht drauf gehauen. Okay, es ist nicht leicht. So. Sind hier denn überhaupt noch irgendwelche Viecher? Jetzt hab ich so einen tollen Sprengköder und jetzt funktioniert das nicht. Ah. Oh. Der sieht schon ein bisschen kaputt aus. Golf-Tasche. Also, offensichtlich, ähm... Ranger-Hut. Oh, da hat jemand versucht, die Bären zu beseitigen, aber das hat nicht so gut geklappt. Ah, jetzt muss ich mir irgendeine Kreatur suchen, die ich damit töten kann. Denn meine Quest-Tiere hab ich jetzt gerade schon getötet, offensichtlich. Und irrtümlich platt gehauen, weil ich das mit den Granaten wieder nicht gerafft hab. Ah. Scheiße. Das ist doch mal Mist. Gibt's hier noch irgendwelche Tiere? Ah, ha. Oh, no. Echt jetzt? Ah, ha, ha, ha. Habe ich den Köder denn noch? Ich hab ihn noch. Ja. Wenigstens das. Muss ich mal gucken, ob ich hier noch irgendwie Tiere drankriege. Das wäre ja schön, wenn ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Aber ich glaube, ähm... Die Bots zählen da nicht für die White Spring Mr. Gatsis. Achtung! Das White Spring steht unter meinem Schutz. Ich glaubte das. Oh, man. So eine Scheiße. Ha, ha. Ach, ist das mystisch. Ah. Okay. Gut. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas auftreiben können. Ich hab ja jetzt hier auch eine total aufgepimpte Lampe. Das Problem ist nur, dass sie jetzt auch so ein bisschen übersteuert, die Lampe. Oh, man. Ist hier überhaupt kein Tier mehr? Oh, Gott. Ich mach die wieder aus. Da sieht man ja nichts mit. Solange es so halb dunkel ist. Äh. Ich frage mich, ob das nicht einfach egal, wo man den Köder ausprobiert, funktionieren würde. Und mir das Spiel hier einfach nur eine Stelle gezeigt hat, wo ich es machen könnte. Ah. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nah da dran bin. Das ist echt ein bisschen ärgerlich jetzt. Mal gucken. Ich schau mal, ob ich noch irgendwo anders Tiere finde. Weil hier auf dem Areal sind normalerweise auch welche. Irgendwo waren mal Wölfe. Meier-Lörg-Fleisch. Lecker. Das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall finden möchte, wenn ich hier irgendwo unterwegs bin. Das ist ja eigentlich ein schönes, schönes Ding hier. Oh. Hier könnte ich sogar ein bisschen Golf spielen. So ein bisschen auf dem Parkplatz durch die Gegend rennen. Wo sind denn jetzt hier irgendwie die Viecher? Hallo. Süße kleine Viecher. Pot, pot, pot. Wo seid ihr denn? Oh. 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 Oh, das sieht so aus, als würde hier gerade ziemlich viel Schmerz verteilt werden. Ach du Scheiße. Was genau passiert da gerade? Ach, Super-Mutanten. Die hier versuchen reinzukommen. Okay. Aber ich habe sehr viel Vertrauen in die Whitespring-Wachbots. Die machen das schon. Ah. Was haben wir denn hier? Noch mehr Golfer. Das war offensichtlich kein sehr gesundes Hobby für sie. Ach je. Und da wird ordentlich geballert da hinten. Lalalala. Ich brauche doch eigentlich nur ein paar Tiere. Hallo. Süße kleine Tiere. Wo seid ihr denn? Ich wusste, dass hier irgendwo mal Wölfe waren. Aber ich finde sie gerade nicht. Während hier in meinem Hintergrund so voll der Krieg abgeht. Oh. Autsch. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. Ach Mann. Ach, das nervt mich jetzt, dass ich die Viecher gleich platt gehauen habe, ohne es zu wollen. Aber dass die einem dann auch sofort an den Hacken sind, ist natürlich ein bisschen lästig. Ich konnte noch nicht mal einfach den Köder fallen lassen und die Viecher dann töten oder so. Okay. Hier wurde gehakt. Sie haben zumindest versucht, diesen Golfplatz zu erhalten. Wenn auch die Golfer das nicht irgendwie überlebt haben. Oh, hier ist doch irgendwas. Ich frage mich, ob die Kakerlake zählt, aber ich mache sie lieber mal platt. Ich fürchte, dass die nämlich nicht zählt. Es geht ja um Kreaturen und ich glaube, das sind dann vor allem dann so Wölfe und Hunde und andere Tiere. Ich weiß nicht, ob das bei Kakerlake nicht so ein bisschen Overkill wäre, so einen Sprengköder da hinzuschmeißen. Machen wir halt eine schöne Tour über den Golfplatz. Yay. Wenn ich hier irgendwo Tiere sehe, dann werfe ich den Köder da in die Richtung. Das weiß ich jetzt schon. Och, es ist hier einfach zu friedlich. Wo sind die Wölfe? Hier waren doch mal welche. Ach. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen mehr Tempo. In der Hoffnung, dass ich hier etwas schneller über den Platz komme. Eide Daws, ey. Ich glaube, hier hinten waren die irgendwo. Wobei hier so ein Aggressotron rumrennt. Ach du Scheiße. Leuchtende Grubenhauer. Okay. Schauen wir doch mal, wie sich die Aggressotrons gegen die leuchtenden Grubenhauer schlagen. Ich fürchte, die sind nicht hart genug, oder? Ihr seid echt gut. Ich hätte auch gern so einen. So ist das echt nicht. Pff. Okay, schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas Schönes finden. Ich meine, dieser süße Bach, das ist ja alles hier so voll angenehm, entspannt. Schöne Umgebung. Ah. Das könnte so idyllisch hier sein. Aber irgendwie... Ich habe heute kein Glück. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich hier... Oh Gott, ich bin ja nicht hier schon am Arsch der Welt. Ich gehe mal in Richtung Whitespring Bunker. Weil dort bei diesem Eingang waren auf jeden Fall mal Wölfe. Da habe ich mal versucht, einen lustigen Shot zu machen. Mit Golfkleidung an und so weiter. Und da haben mich die Viecher die ganze Zeit genervt. Also schauen wir mal, ob ich hier welche finde. Oder ob die Aggressortrons dann schneller sind als ich. Upsa. Nein! Ah, okay. Wieso? Okay. Ich muss mal gucken, dass ich wieder einlogge. Ist das toll. Irgendwie mochte mich der Server nicht. Oder er war einfach schon zu instabil. Weil ich glaube mal, der hat heute schon so ein bisschen gehakelt. Und gerade, dass viele Sachen einfach nur super verzögert kamen. Das ist schon immer ein gutes Zeichen, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen warten und geduldig sein. Und das ist doch echt scheiße. La la la. Oh, die Option, in dieser Sitzung blockieren, schalte den ausgewählten Spieler stumm, blockiert alle Einladungen und verwirkt deinen Standard auf seiner Karte. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Also gerade, wenn man dann irgend so einen Griefer hat, der einem voll auf den Sack geht, kann man ihn einfach blocken und irgendwo anders hinspringen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also gerade, was so diese Anti-Griefer-Mechaniken angeht, finde ich dieses Spiel wirklich gelungen. Ich hatte bisher ein, zwei Möglichkeiten, Momente, wo es dann tatsächlich ein bisschen nervig wurde. Aber ansonsten, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich in dieses Spiel schon reingesteckt habe und an wie vielen Ecken ich war, ist das eigentlich gar nichts. Und naja. Ach, sorry Leute, dass es jetzt wieder ein Ladescreen wird. Ich hätte mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin an dieselbe Stelle und kriege dann das mit den Brüdern hin. Das finde ich jetzt gut. Schauen wir mal. Oh, oh. Oh, fuck. Warum? Ach, es ist so klar, echt. Gut, dann schaue ich mal, dass ich hier mal rauskomme. Das wird mir zu ungesund. Ach, scheiße. Die ganzen Leute, die noch immer noch hier dabei dran sind, bei Whitesprings möglichst... Oh, okay. Habe ich hier gleich mal Spaß mit irgendwelchen hässlichen Viechern. Aufgeblätter leuchten da. Ah, du hast mir Glühbrusteln verpasst, du scheiß Viech. Was soll der Mist? Ach, fuck. Ah, na, das ist ja mal richtig schön. Kommt man hier gleich in einer Einschlagszone raus und muss sich dann mit diesen Viechern hier umschlagen. So, haben wir es jetzt. Dankeschön. Oh, Mann, oh Mann. Ist das fein hier. Okay. Kronkorken und eine Haarklammer. Das nehmen wir doch gerne mit. Hier ist immer noch einer. Äh, okay. Der sollte eigentlich tot sein, glaube ich. Würde ich mir stark vermuten, dass das irgendwie anders gedacht war. Aber hier haben wir natürlich das Problem, dass unser Gebiet, in das wir eigentlich rein möchten, blöderweise jetzt natürlich mit dem Atomschlag verheert ist. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie erstmal außenrum. Oh, lecko mio. Das ist jetzt natürlich so richtig ideal. Da, da habe ich jetzt echt voll Bock drauf. Ich versuche doch nur hier meine Quest zu machen. Und hier hat sich irgendjemand niedergelassen. Ein bisschen reddelt hier auch ganz brav vor sich hin. Uah. Oh, oh. Der klingt ungesund, der Typ. Da haue ich doch jetzt mal doch lieber ab. Laufen weg. Ja, das mache ich jetzt auch. Bin zu ungesund. Ja, so ein Shit aber auch. Echt. Oh, und meine Waffe geht bald kaputt, wie es aussieht. Ist natürlich auch geil. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich doch mal kurz gucken, wie meine Waffe aussieht. Weil das fände ich jetzt ein bisschen scheiße, wenn mir das Ding um die... Oh, okay. Hm. Ich sehe das schon. Dieses Spiel möchte es mir heute mal nicht so leicht machen. Ah, God, oh God. Huch. So, ihr dürft euch da gerne mit beschäftigen. Der Bereich ist nicht sicher. Ja, das wusste ich auch schon vorher, dass der nicht sicher ist hier. So, ich latsche dann einfach mal quer. Hoffe, dass ich in die richtige Richtung komme. Boah, was ein Mist, ey. Ich versuche doch nur das hier mit den blöden Ködern zu machen. Oh, 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 oh. Das ist echt so... Ah. Ah, so viel Glück muss man natürlich auch erst mal haben. Was zur Hölle? Würgermeierlörk. Da liegt irgendjemand in der Mitte. Was ist das denn hier für eine krasse Nummer? Ich glaube, das ist... Oh. Na. War ja klar. Hallo. Ach. Jetzt. So, dann laufen wir doch jetzt mal ein Stückchen weiter. Was lange geht, wird endlich Wut. Mensch, ich versuche doch, das nur hier irgendwie hinzukriegen. Äh, es ist echt Wahnsinn. Ich glaube mal, dass mit den Dingern hier verlegen wir auf die nächste Runde. Also auf die nächste Folge. Es tut mir leid, Leute, dass wir hier echt so überhaupt nicht weitergekommen sind heute. Zumindest ist es nur ein ganz kleines bisschen. Immerhin, ich habe ja die Köder schon. Und nur im Eifer des Gefechts die Quest ein bisschen zu übereifrig begonnen. Aber das hier ist jetzt natürlich so richtig ungeil. Splosh. Okay. Das Gute ist natürlich, ähm, wenn ich die nächste Folge hier aufnehme, wie ich mal hoffe, ähm, ist das Thema hier hoffentlich durch. Ich glaube, das löst sich sowieso gerade auf. Dann kann ich mich auch der Fallensteller-Quest weiterhin widmen. Juhu, das ist schön. Ihr Lieben, macht es gut. Ähm, ich hoffe, ihr hattet trotz der Tatsache, dass wir heute sehr viel durch die Gegend gerannt sind und einfach nichts hingekriegt haben. Ein bisschen Spaß. Ähm, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was Fallout angeht, sagt doch einfach mal Bescheid. Ich bin gespannt darauf, worauf ihr Lust habt und bin natürlich für Anregungen immer offen. Macht es gut, ihr Lieben. Habt ne schöne Zeit. Bis denn und tschööö.